Auf der Reise, auf der Suche sind wir alle und wandern durch die Zeit, wandern durch den Raum, wandern durch unsere Seele, zu ergründen, wer wir wirklich sind. Sind wir doch auf der Reise durch die Zeit mehr als eine Persönlichkeit gewesen, mehr als ein Mensch gewesen, mehr als das, woran wir uns gegenwärtig erinnern? Sind wir stets auf der Suche nach der Liebe, die uns umgab in jenem Konkorn, der unsere Herberge im Leben vor dem Leben war und dem Leben nach dem Leben ist? Alles, was wir mitnehmen, sind unsere Gedanken, unsere Erinnerungen und unsere Sehnsüchte, die uns motivieren, neu zu inkarnieren, um zu erfahren, wie wir noch sind, wer wir noch sind. Alles, was wir tun im Spiel des Lebens, ist eine Stufe zum Erklimmen der Allmacht, des Göttlichen in uns und außerhalb von uns. Und doch ist dieses Außerhalb ein Teil von uns, wenn wir auf der nächsten Stufe zur Allmacht stehen. von Hartmut Alt von Hartmut Alt von Hartmut Alt